Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute, liebe Landsleute, liebe Landsleute, jungen Freunde, liebe Landsleute. Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken. Für dieses freundliche und freundschaftliche Willkommen. Oh. Wow. Es war ein Ding, das war ein Ding. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020